Echte Tinte, oder? Ja. Und Strass? Nein, das ist kein Bodypainting. Könnt ihr mal schlecken, das ist kein Bodypainting. Echte, getrocknete Tinte. Tut's weh? Jetzt nicht, nein. Eine gute Antwort. Aber wo man's gemacht hat, ist es teilweise schon nicht so ganz angenehm. Ja, also je mehr das ich mache, desto mehr weh tut's. Und der Suchtfaktor, von dem man immer wieder spricht. Das muss ich glaube nicht sagen, sieht man, oder? Ja, ja. Je schöner, umso mehr. Okay. Duna Allegra, der Erich und der Daniel. Pascal ist auch da. Wie heißt der Junge her? Marc? Sie ist da. Sie ist auch schon den ganzen Morgen da. In dem Fall jetzt auch bei uns auf der Bühne. Passt? Der Röbi macht jetzt ein bisschen Sound. Passt? Machst du für Zeitung, oder bist du privat? Beides. Beides, alles klar. Provision an uns nicht vergessen, gell? Okay, here we go. Das war's. 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 Das war's.